Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Juli 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Bennerath. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 23 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 450 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Guern. Guern. Graf.